Willkommen beim Panzertraining. Hallo und willkommen beim Panzertraining. Genau. Das wollte ich damit sagen. Ja, mal schauen, wie viel wir heute schaffen. Heute habe ich nicht so viel Zeit. Wahrscheinlich wird es nur einer Willkommen beim Panzertraining. Trainingseinheit. Wir haben soeben erfahren, dass ein Konvoi der Baker Company nördlich von unserer Position unter Beschuss geraten ist. Immer wieder die Baker Company, ne? Wählen Sie Ihren Sherman-Panzer aus. Drücken Sie mit Ihrem Sherman-Panzer zum Ort des Hinterhalts vor. Kann ich da jetzt durch... alles durchfahren? Drücken Sie mit Ihrem Sherman-Panzer zum Ort des Hinterhalts vor. Ja, ich bin ja schon über... Was heißt, wenn jetzt durchbricht? Da ist der Feind. Mit einem Rechtsklick befehlen Sie dem Sherman, den feindlichen Panzer anzugreifen. Greife feindlichen Panzer an! Das war ein direkter Treffer. Er hat allerdings nur wenig Schaden verursacht, da der Panzer stark gepanzert ist. Sie müssen den Feind flankieren und seine Heckpanzerung unter Beschuss nehmen, da diese Wege nicht dünner sind. Erteilen Sie einen Marschbefehl, die Ihre Einheit unter den feindlichen Panzer führt. Noch weiter? Gut. Sie haben die Heckpanzerung getroffen. Ich glaube, jetzt zerbröselt sie ihn. Nee. Oder beim nächsten? Einmal Dörfer noch. Kommt ein weiterer Panzer. Vorsicht! Wo? Wie? Wo? Was? Wir messen hier weg! Wechselstellung! Sherman beginnt mit Angriff. Wir haben die Schaden getroffen. Er ging mitten in den Motorblock. Sherman beginnt mit Angriff. Werfen wir nun einen Blick auf den Schaden. Der gegnerische Panzer hat bei Ihnen einen kritischen Treffer gelandet. Ihr Panzer ist fahrentüchtig. Die Einheiteninformationsanzeige auf der Kommandoleiste zeigt an, dass der Sherman einen kritischen Motortreffer abbekommen hat. Mithilfe Ihrer Pioniertrupps können Ihre Panzer noch im Feld repariert werden. Bei der Reparatur eines Fahrzeugs werden alle kritischen Schäden an ihm behoben. Wählen Sie Ihre Pioniere aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Sherman, um ihn zu reparieren. Da ist nichts mehr zu reparieren. Was? Wie? Nichts mehr zu reparieren. Ist einiges zu reparieren, mein Freund. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Sherman, um ihn zu reparieren. Macht Eure Fackeln klar. Sie haben die Auswahl Ihrer Gruppe aufgehoben. Links klicken Sie auf Ihre Pioniere, um sie auszuwählen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Sherman, um ihn zu reparieren. Wir sind noch dabei. Ausgezeichnet. Die Reparaturen sind abgeschlossen. In diesem Gebiet gibt es feindliche Patrouillen. Die Kaliber 50 Maschinengewehrverbesserung erhöht die Effektivität des Shermans bei der Bekämpfung von Infanterieeinheiten. Wählen Sie Ihren Sherman-Panzer aus. Klicken Sie auf die blinkende Schaltfläche, um diese Erweiterung zu kaufen. So, machen wir das. Ja, der Sherman. War schon auch kein schlechter Panzer. Ausgezeichnet. Sehen Sie zu, dass ein MG-Schützen, der in Form des Panzers Stellung bezogen hat. Die Aufklärung meldet, dass die Deutschen nördlich von unserer Position einen Stützpunkt errichtet haben. Aha. Rücken Sie vor und kümmern Sie sich um den Gegner. So machen wir das. Befehlen Sie Ihrem Sherman, zur angezeigten Zielposition vorzustoßen. Ich seh keine angezeigte Zielposition. Dann, das ist auch eine Panzersperre hier. Befehlen Sie Ihrem Sherman, zur angezeigten Zielposition vorzustoßen. Das ist eine Panzersperre. Denkt ihr, das ist so gut, durch eine Panzersperre durchzubrechen? Noch nicht sicher. Befehlen Sie Ihrem Sherman, zur angezeigten Zielposition vorzustoßen. Ja, ich bin doch nur... Jetzt mal ganz ehrlich. Panzerfallen blockieren die Straße. Ihr Sherman kann Panzerfallen nicht überwinden. Ach. Infanterie der Achsenmächte gewinnt. Gut, dass wir unsere MG-Draften... Boah, der... Ich meine, solange die keine Panzerfaust dabei haben, ne? Das ist jetzt für die Eckschläfte. Aber wir kommen halt nicht rüber hier, ne? Da bräuchten wir einen... Panzerschrecks. Sie zielen auf die Heckpanzerung des Sherman. What? Halten Sie die rechte Maustaste über dem Sherman gedrückt. Und bewegen Sie die Maus in Richtung des Feindes. Wo? Halten Sie die rechte Maustaste ausgezeichnet. Jetzt weist die am stärksten gepanzerte Seite des Sherman in Richtung Feind. Verdammt! Christi Stücke! War ein bisschen abgelenkt. Kleine Panzerfaust, ne? Die erhoben natürlich rein. Das ist vorhin schon beinahe gedacht. Okay, der darf man. Die heimliche Panzerschrecks vernichtet. Sie müssen jetzt weiter auf den Stützpunkt der Achsenmächte vorrücken. Wie? Diese Panzerfallen blockieren ihren Weg. Sie müssen einen Sherman-Crokodil zur Hilfe rufen. Okay. Weil der die... Die Krokodil-Varianten sind mit Flammenwerfern ausgestattet. Sie können mit der Bulldozer-Verbesserung ausgestattet werden, um Panzerfallen und dichte Hecken zu zerstören. Wahnsinn. Wählen Sie Ihren Krokodil-Panzer aus. Verbessern Sie Ihren Sherman-Crokodil, indem Sie auf die... So. Dann haben wir einen gleichen Bulldozer. Ja, und dann bulldozt der das jetzt hier weg. Schauen wir, wie er es macht. Oh, yeah. Ausgezeichnet. Sie können die Bulldozer-Schaufel nun herunterlassen in die... Sie neutralisieren die Panzerfallen, indem Sie mit dem Panzer darüber fahren. Okay. Gib mal ein bisschen Gas, Heidi. Bam. Bam. Ausgezeichnet. Ihr Panzer bewegt sich langsamer, während die Bulldozer-Schaufel heruntergelassen ist. Links klicken Sie auf die Bulldozer-Schaltfläche der Kommandoleiste, um sie wieder anzuhängen. Gewehre auf den Händen. Kümmern Sie sich nun um diesen deutschen Stütz. Setzen Sie den Sherman und den Sherman-Crokodil-Panzer ein. Moment, ich muss es... Mit dem Klammenwerfer können Sie Infanterieeinheiten aus Gebäuden vertreiben. So, wohin müssen wir? Ah, der. Okay. Kein Problem. Wo werden wir gebraucht? Ich glaube, hier müssen wir... Rauchfrauen. Ich glaube, der Flammenwerfer ist vielleicht sogar noch ein bisschen... Perfektiv. Oh, der Kompress. Oh, der Kompress. Oh, der Kompress. Ähm... Sehr gut. Der deutsche Stützpunkt wurde zerstört. Ist so gut wie gewonnen. Damit wäre das Panzertraining abgeschlossen. Während dieser Übung haben Sie gelernt, wie man Panzer ausrichtet, den Feind bekämpft und Hindernisse plattwalzt. Ausgezeichnete Arbeit. Wegtreten. Machen wir trotzdem noch eine. Machen wir trotzdem noch eine. Ich denke, so viel Zeit hätte ich natürlich noch. Obwohl... Ja, oder? Das ist aber von diesen Opposite Fronts. Brauchen wir das überhaupt? Infanterie mit Offizieren kommandieren, Kommando LKW bewegen, Verteidigungsschlung bauen und Lastensiegler landen. Na doch, das machen wir schon. Das geht's. Erzählt uns was. Willkommen, Sir, beim 3. Bataillon. Boudicca's Boys, 2. britische Armee. Während dieser Trainingseinheit werden Sie mit den Einheiten der britischen Armee in Company of Heroes vertraut gemacht. Opposing Fronts und seine Kommandostrukturen. Wir befassen uns mit Infanterie, Leutnants, mobilen Kommando-LKW und Verteidigungsstellungen. Hatte ich denn DLC oder so noch mitgekauft? Kann sich gar nicht sagen. Das 3. Bataillon ist soeben in diesem Gebiet eingetroffen. Wir müssen Vorrücken und weiteres Gelände erobern. Dies ist eine Infanterieeinheit. Die einfachste Infanterieeinheit der britischen Armee. Links klicken Sie auf Ihre Infanterieeinheit, um Sie auszuwählen. Rechts klicken Sie nun auf die angezeigte Position. Wie Sie sehen, bewegt sich Ihre Einheit. Noch nicht. Während sich die Einheiten durch verbündetes Territorium bewegen, tun alle britischen Einheiten dies in Sturmangriffshaltung. Noch nicht, sag ich mal. Aber am besten ist wirklich immer mal... Mach das so hier. Das Bataillon hat uns eine neue Mission zugewiesen. Mir nach. Die Infanterieeinheit betritt nun neutrales Territorium. Wie Sie sehen, ändert sich die Haltung. Wenn Sie sich durch neutrales oder feindliches Gebiet bewegen, gehen die Einheiten in Patrouillenhaltung. Sie bewegen sich vorsichtiger, sind langsamer und mehr auf Ihre Eigensicherung bedacht. Cool. Das war wahrscheinlich dann die große Neuerung hier. Der Leutnant. Ausgezeichnet. Ihr Leutnant ist bereit. Gut. Wählen Sie Ihren Leutnant aus. Kein Problem. Bewegen Sie Ihren Leutnant zur Infanterieeinheit. Denken, wenn sich ein Leutnant in der Nähe von Infanterieeinheiten befindet, stärkt seine Gegenwart die Distriktion. Gut. Der Stern über Ihrer Infanterieeinheit zeigt, dass sich ein Leutnant in der Nähe befindet. Sie erhalten dadurch Kampf- und Veteranenboni. Es ist daher ratsam, den Leutnant in Ihrer Nähe zu halten. Da der Leutnant für Ihre Infanterie von solch großer Bedeutung ist, ist es wichtig, dass er die Kommando-Entfernung beibehält. Links klicken Sie auf die blinkende Schaltfläche, damit Ihr Leutnant der Infanterieeinheit folgt. Links klicken Sie jetzt auf die markierte Infanterieeinheit. Ja, Sir. Gut. Wie Sie sehen, wird nun über dem Leutnant angezeigt, dass er der Infanterieeinheit folgt. Okay. Wählen Sie Ihre Infanterie. Geben Sie der Infanterieeinheit nun den Befehl, das Munitionslager zu halten. Wie Sie sehen, bewegt sich Ihre Infanterie viel schneller, wenn sich ein Leutnant in Ihrer Nähe befindet. Vorsicht. Es nähern sich feindliche Einheiten. Kappen wir runter! Kappen wir runter! Ich bin hier weit voraus, mein Freund. Also, wisselt weit, wisselt weiter Eis, ne? Fahren Sie mit der Eroberung des Sektors fort. Ich bin schon schneller als du. Munitionslager gesichert. Der Sektor ist nun unter Ihrer Kontrolle. Obwohl wir das Munitionslager eingenommen haben, ist es noch nicht vollständig gesichert. Ungesicherte Marken liefern weniger Ressourcen. Sichern wir jetzt dieses Munitionslager. Das haben wir, glaube ich, schon gelernt. Die Briten sichern Sektoren auf eine andere Weise als andere Armeen. Sie benutzen Ihren mobilen Kommando-Lkw. Kommando-Lkw bilden das Rückgrat der britischen Armee, weil sie überall auf dem Schlachtfeld abgesetzt werden können. Sie erlauben es, den Briten Verstärkung dort anzufordern, wo sie am nötigsten gebraucht wird. Was noch wichtiger ist, einmal aufgebaute Kommando-Lkw sichern die Sektoren ihres Territoriums. Wählen Sie Ihren Kommando-Lkw aus. Setzen Sie diesen Kommando-Lkw in den Munitionssektor ab, den Sie soeben erobert haben. Links klicken Sie auf die blinkende Schaltfläche, um einen Kommando-Lkw zu mobilisieren. Wir packen rein, um einen Positionswechsel durchführen zu können. Ich habe die Backen ein. Kommando-Lkw ist mobil. Werfen Sie einen Blick auf die Minikarte. All Ihre Territorien blinken. Wann immer sich Ihr Hauptquartier-Kommando-Lkw in Bewegung setzt, ist das von Ihnen kontrollierte Territorium vom Nachschub abgeschnitten. Sektoren, die vom Nachschub abgeschnitten sind, liefern keine Ressourcen. Befehlen Sie Ihrem Kommando-Lkw zum Munitionssektor vorzustoßen. Es gibt viele Gründe dafür, einen Kommando-Lkw zu bewegen. Er verschafft besetzten Sektoren einen Ressourcenbonus. Er ist für Lager-Einheiten näher am Frontverlauf anzufordern und kann seine Position verlagern, wenn der Feind angreift. Der Kommando-Lkw ist während eines Stellungswechsels sehr verwundbar. Sie sollten ihn daher stets sichern. Jetzt befindet sich das Hauptquartier im Munitionssektor. Wir müssen es aufbauen, um das Territorium zu sichern. Links klicken Sie auf die angezeigte Position innerhalb des Sektors, um Ihrem Kommando-Lkw den Befehl zu erteilen, dort mit dem Aufbau zu beginnen. Bestätigt! Mobiler Gefechtsstand drückt vor! Wir bauen es auf! Das dauert nicht lang! Wieso musste ich jetzt hier hin? Ausgezeichnet. Sie haben Ihren Kommando-Lkw erfolgreich aufgebaut. Wie Sie sehen, hat das Territorium aufgehört zu blinken. Ihr Territorium wird jetzt wieder mit Nachschub versorgt. Außerdem hat sich die Rate, mit der Ihnen Munition zugeführt wird, drastisch erhöht. Ja, aber... Wählen Sie Ihre Infanterieeinheit an, um eine MG-Stellung zu errichten. Klicken Sie auf die blinkende Schaltfläche und links klicken Sie auf die Schaltfläche für... Positionieren Sie die Stellung, indem Sie einen Linksklick auf den Bestimmungsort ausführen. Wohin soll man... Richten Sie die MG-Stellung so aus, dass Sie den nördlichen... Hättet Ihr die Güte, Euch mal ein bisschen anzustrengen, Jungs? Ich wollte dann sagen, wohin sollen wir die ausrichten, aber Sie haben es uns noch gesagt. Dann ist ja gut. So, dann haben wir wenigstens eine MG-Stellung. Ausgezeichnet. Britische Infanterie ist außerdem in der Lage, Bauwerke wie Mörserstellungen und Feldlazeritte zu errichten. Der Keimtag ist lokalisiert. Achtung! Eine MG-Stellung bezeichnet sich perfekt zur Verteidigung gegen angreifende Infanterie ein. Infanterie vernichtet! Achtung, gegen MG-Stellung vor und zurück, ne? Das ist nicht so, ne? Trotzdem, ein bisschen Verlust... Ein bisschen Verluste haben wir. Die verdammte Infanterie ist erledigt! Jetzt fliehen Sie. Ja, vermutete! Gut. Feindliche Infanterie ausgeschaltet. Heben wir, um Ihren Einheiten zusätzlichen Schutz zu bieten, einen Graben aus. Klicken Sie auf die blinkende Schaltfläche, um zu... Links klicken Sie auf die... Links klicken Sie auf die angezeigte Position, um dort einen Graben zu platzieren. Richten Sie den Graben aus. Wie nur bei den Briten vorhandenen Schützengräben sind Verteidigungseinrichtungen, die der Infanterie zusätzlichen Schutz bieten. Da könnten die sogar ein erstes Weltkriegsszenario hier machen, ne? Mit Stellung... Der Graben ist fertig. Gut. Wie Sie sehen, ist er nach Fertigstellung noch nicht besetzt. Ein unbesetzter Graben kann von jedem besetzt werden. Sogar vom Feind. Okay. Das ist ein deutsches Ziel, erfolgreich zu bekämpfen. In Deckung. Mörser beschossen. Dieser Mörser richtet in den Reihen unserer Infanterie große Verwüstungen an. Befehlen Sie Ihren. Gut gemacht. Gräben bieten zusätzlichen Schutz gegen Artillerie. Schalten wir den Mörser aus. Unsere Bodentruppen sind nicht in der Lage, den Mörser anzugreifen. Wir brauchen die Fähigkeit, Kommandant der Kompanie der Royal Commandos, um ihn angreifen zu können. What? Was heißt das? Ihnen wurde Zugriff auf Lastensegler-Kommandoeinheiten gewährt. Lastensegler eignet sich hervorragend dazu, feindliche Stellungen hinter der Front anzugreifen. Links klicken Sie, um einen Lastensegler anzufordern. Links klicken Sie jetzt auf die vorgegebene Position. Um eine Startzone für Ihren Lastensegler zu markieren. Links klicken Sie erneut, um die gewünschte Richtung für die Landung des Lastenseglers anzugeben. Kommandos melden sich zum Dienst. Befehlen Sie Ihrer Kommandoeinheit, den Mörser auszuschalten. Denken Sie an Ihr Training. Jetzt kennen Sie die einzigartigen Fähigkeiten der britischen Einheiten. Ihnen wurde der Umgang mit Leutnants, der Infanterie, Kommando LKW und die Errichtung von Bauwerken nähergebracht. Britische Trainingseinheit abgeschlossen. Wegtreten. Danke. Da haben wir nur noch einer dann. Die machen wir aber heute nicht mehr. Die machen wir das nächste Mal und dann geht's auf ins Gefecht. Dann geht's. Und aí geht's. Untertitelung des ZDF, 2020